Ich frage mich halt, was jetzt die beiden Knöpfe hier machen. Hier kann ich nach links. So, die mir mal aufschreiben. Ja, ich habe so das Gefühl, dass das wieder Speed-Rätsel ist. Dass ich hier draufdrücken muss. Hier schnell durch muss. Vielleicht da die Tür zu öffnen. Das ist aber nur so meine Vermutung. Lassen wir das mal gut sein und gucken lieber. Was das hier hergibt. Ninja West. Kräutersack. Ist auch ganz okay. Okay. Ich bin bestehend. Bowl of Seven Seasons. Augmented Air and Eye Squabers. Eyeshards and Forceball Spats are enhanced. Äh, ja. Das ist dann also wohl. Only Mages get 10 in both Air and Eye's Magic. Stuff Defense. Okay. Äh, ja. Ach, dann bleibt das Ding einfach hier. Wir nutzen können wir es eh nicht. Und hier, wo wir gerade stehen, da brauchen wir einen Sonnenschlüssel. Das schreibe ich einfach mal auf und nimm das Ding so. Eine High Potion. Crystal Sculptors ist schon mal nett. Die Scroll of Haste hat meine Feuermargenjährin schon. Ja. Wing Weaves. Wing Boots. Ein Bolzen. Ah, gut. Throwing Axe und Death Star. Assassination. Okay. Battlestuff. Gibt das Ding mal hier. Das war... Amor... Ne, wenn ich... Belser Mask. Äh. Nein, das hier brauche ich. Ich habe doch alles hier drin. Kristallschädel. Biesthorn. Äh. Warum ist da... Paralyse heilen. Du bist nur Whip-Tide. Heißbär. Okay. Dann gehe ich jetzt noch mal nach Ungerhausen. Ups. Schnell. Schnell. Und es wird mal wieder dunkel. Und ich merke gerade, ich laufe irgendwie ganz komisch. Ich weiß. Das war die falsche Richtung. Jetzt bin ich hier. Das hier kann ich immer noch nicht öffnen. So. Ein Beasthorn. Ah, die Maske sollte ich auch wieder mitnehmen. Und ein Beastbone. Immer noch nicht. Kristallschädel. Beasthorn. Beasthorn. Beastbone. Beastbone. Und dann ein Kristallschädel. Es sind doch zwei Beasthorn, ne? Kristallschädel. Ähm. Wenn du jetzt schimmeln machst, bist du Bones inside. Hab ich doch. Willst du mich veralbern? Ach so, das muss in die Rüstung rein. Da bin ich jetzt neugierig. Ich bin jetzt neugierig. Enhance the rarest vitality if they are very healthy. Willpower if they are very energetic. Und vice-president if they are particularly tough. Ah, du mich auch. Ja, gut. Also, die trägst du auch immer noch. Statt deiner Krone. Ganz ehrlich, das ganze Knochen gezeugsse. Eigentlich fast egal, wo ich hochgehe. Das ganze Knochenzeug... Lass ich jetzt einfach hier. So, hier habe ich noch ein paar Sachen zum Aussortieren. Kannst du dein Königlich Zepter wieder mitnehmen? Ja, kannst du. So, das kann mal zu ihr. Der kann eigentlich auch hier bleiben mittlerweile. Das ist ja zwar eigentlich seine Sache. Giftbomben bleiben auch mal hier. Dann bist du schon wieder überladen. Also, dann trägst du die überschüssige Nahrung. Dass die Magier nicht Hunger kriegen. Äh. Okay. Amor. Mhm. Sag bloß, ich kann das mit allen Sachen irgendwie benutzen, oder? Egal. Die Sachen bleiben jetzt auch mal hier. Und das Ding auch. Bonecraft ist zwar ganz nett. Aber ist auch nicht so super wichtig. Und hier würde es runtergehen. Welcome to our palace, little insects. Okay. Okay. Tschö mit Ö. Und das heißt, ich mache folgendes. Hier ist noch ein Gaias Garden. Hier. Äh. So. Genau. So. Da ist ein Gaias Garden. Also, ich den ja nicht übersehe. Den werden wir uns das nächste Mal angucken. Und dann werden wir erst uns mit böse Feuerelementaren anlegen. Und die Sachen werden wir auch noch mit hochschleppen. Dass wir hier die ganzen Knochenteile und so weiter oben haben. Aber er ist erst mal safe. Und dann würde ich sagen, hier ist eine kleine Rumpelkammer noch von uns. Ja. Dann würde ich sagen, gibt es hier erst einmal wieder einen Cut. Ich beende die Aufnahmesession und versuche dann aufs Queed zu speichern, weil es hat eh keinen Sinn sonst. Also. Bis dann.